So, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Vorschau, dem Preview zur wirklich sehr umfangreichen Dinosaurier-Serie hier von Geoworld, die Serie Jurassic Hunters hier in diesen Tüten drin zum Öffnen und zum Schließen mit jeweils einer Dinosaurierfigur, einem Leaflet, einer kleinen Sammlerbroschüre mit allen Dinosauriermodellen hier zur ersten Serie und auch noch zusätzlichen Informationsblättern, die man in einen Sammelordner einheften kann. Ja, hier in der ersten Serie gibt es 36 verschiedene Dinosaurier zum Sammeln, also wirklich sehr schön und sehr umfangreich. Den hier, den Protoceratops, haben wir uns bereits im ersten Teil hier angeschaut und jetzt gucken wir uns die anderen Modelle noch an, die ich hier alle einfach kurz in die Kamera halte, aber ich werde sie aus der Tüte hier rausholen, definitiv. Dann können wir doch ein bisschen genaueren Blick auf die Modelle hier erhaschen. Und hier haben wir einen Ornithomimus, den hole ich gleich mal raus hier. So, wie schon gesagt, ihr braucht die Tüten nicht hier einreißen, das sieht unschön aus. Ihr könnt es auch hier oben öffnen und dann könnt ihr es immer wieder schön schließen, so werden eure Modelle auch nicht staubig. Auch hier eine Infobroschüre und natürlich so ein Infoblatt zum jeweiligen Modell. So, und dieser Dino kommt hier mit einer Base, die Base ist hohl, ja, aber er hat hier somit natürlich einen sehr, sehr schönen, guten Stand, kippt also nicht um. Auch hier ist die Bemalung wirklich sehr, sehr nett geworden. Grundton haben wir hier so ein ganz, ganz helles Braun und mit einem ganz leicht lila stichigen Grau wurde hier noch ein Muster rein bemalt. Hier die Haltung von den Vorderbeinen, auch hier unten die Füße hat man die Krallen nicht vergessen, extra noch schwarz bemalt. Auch diese seitlichen Krallen hier wurden bemalt. Ja, die unteren Teile der Beine wurden hier ans Modell angesteckt, das sieht man leider überdeutlich, aber wir haben es hier ja auch nicht mit einer mega edlen, einer mega teuren Serie zu tun. Sind eigentlich relativ günstige Figuren, gerade ich darf nicht meckern, denn ich habe so eine Figur, ja, für ungefähr 1,80 oder 2 Euro bekommen. Ja, kann ich also nicht meckern, aber ich sehe hier im Großen und Ganzen keine Gussnasen. Die Bemalung geht absolut okay und auch die Beschaffenheit, ne, hier ein bisschen so, ja, dieses Fell oder Federkleid wurde auch hier eigentlich recht nett modelliert. Ne, hier die Augen, wie denke ich mal bei den meisten gelb und hat halt eine schwarze Pupille und man hat hier sogar noch einen kleinen Augenlidrand gemacht, ebenfalls in diesem, ja, lila Grau. Und auch das Maul hier wurde noch mit einer dunklen Farbe bemalt und man sieht sogar die Zahnreihen, ne, also von dem her eigentlich auch ein recht nettes Modell. Ja, hier haben wir zum Beispiel eine Größe von circa 15 Zentimeter in der Länge und eine Höhe von, ja, 12 Zentimeter. Okay, das denke ich mal reicht zur Vorschau. Ihn packe ich gleich wieder hier ein. Okay, also ja, wie schon gesagt, eine sehr, sehr originelle Art Dinosaurier zu verpacken. Darum dachte ich auch, das wären ganz kleine Beuckelchen und war umso mehr überrascht, dass da plötzlich hier so riesen Dinos bei mir ankamen. Also schon Hammer, sehr, sehr ungewöhnlich. Als nächstes habe ich hier einen Triceratops, wie es aussieht. Ja, Triceratops, alles klar. Auch er hat eine wirklich sehr, sehr aufwendige Bemalung. Wollen wir mal rausfinden. Okay, so. Ne, auch eine nette Größe. Ja, was heißt aufwendige Bemalung? Vom Muster her, finde ich es recht aufwendig. Man hat es aber hier mit einem Grün gemacht, ein dunkles Grün. Ja, aber die Flecken sehr schön verteilt, nicht so gleichmäßig, sieht also noch einigermaßen natürlich aus. Dieses Schild hier, dieses Knochenschild, sehr, sehr spektakulär. Auch hier sehen wir wieder diese gelb bemalten Augen mit einer schwarzen Pupille. Boah, der guckt sogar richtig böse in die Landschaft. Guckt euch das an. Ja, also ziemlich sauer, unser Triceratops. Auch hier haben wir es mit Plastik zu tun. Ist also kein Gummi, nicht wirklich weich. Ja, der Grundton ist grau, seht ihr ja. Und hier wurde noch ein bisschen gelb mit hingesprüht. Ein bisschen braun sehe ich hier, schwarz. Schöner Verlauf in den Hörnern hier. Und hier noch ein bisschen die Details der Beschuppung hier. Zum einen am Helm und hier am Körper lauter solche, ja, Wärzchen. Sehr schön auch zu sehen hier die ganzen Hautfalten. Sowas gefällt mir immer gut, wirkt immer recht natürlich. Und die Unterseite ist hier auch deutlich abgetrennt. Ja, und hier wird das Ganze ein bisschen fleischiger. Einfach durch viele Hautfalten verdeutlicht. Also, Triceratops, auch er hat eine nette Größe, eine Länge von 16,5 und eine Höhe von, ja, gut 7 Zentimetern. Also, Triceratops von den Jurassic Hunters. Ihn habe ich auch gleich wieder ein. So, okay. Und wir machen weiter mit dem nächsten Modell. Hier habe ich einen Styrakosaurus, unschwer am Helm, an diesem Horn zu erkennen. Kommt in einer sehr, sehr schönen, bunten Bemalung. Hier, Styrakosaurus. Okay. So, also hier haben sie wirklich sehr, sehr schöne Farben genommen. Wow, also der Helm auch sehr schön. Nicht ganz so spektakulär wie beim Triceratops, aber sehr schön gemacht. Wir haben hier verschiedene Grüntöne, ein helles Grün, dunkles Grün. Das ist sehr schön ineinander gesprüht, toll. Dann haben wir hier auch noch einen Farbverlauf in den Hörnern drin. Wow, auch cool. Und selbst auf dem Rücken seht ihr hier dieses dunkle Grün, links und rechts mit dem Hellgrün bemalt. Zwei schöne, helle Streifen. Dann geht es hier über in so einen orangenen Ton, orangebraun. Und unten wird es dann immer heller, bis wir hier unten schließlich ja in einem Ocker-Gelb drin sind. Ja, dieser Schnabel-ähnliche Maulansatz wurde hier sogar noch grau-weiß bemalt. Auch super schön. Und ihr seht hier den Verlauf in seinem Horn. Auge auch wieder gelb mit einer schwarzen Pupille. Ja, ansonsten auch dieses Modell wirklich sehr schön gemacht. Also ich kann da gar nichts großartig sagen. Vor allem ganz unterschiedliche Schuppen, sowohl hier vorne als auch auf dem Kopf und dem Körper. Seht ihr da, setzt sich das fort. Aber ganz unterschiedliche Details, die man hier sieht. Auch das Knie hier schön angesetzt. Die kleinen Krallen sieht man hier. Ja, auch eine wirklich sehr, sehr nette Skulptur. Und auch die Bemalung ist absolut okay. Recht bunt, sehr gewagt. Aber why not? Wir wissen es ja nicht. Wir waren nicht dabei. Selbst die Rückseite vom Helm wurde hier schön modelliert, wie ich finde. So, was haben wir denn hier für eine Größe? So, Länge haben wir hier auch so 15,5 cm in etwa. Höhe komme ich hier auf 7,5. Okay, also der ist der Rackosaurus von den Jurassic Hunters. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten Modell. Oh, und hier habe ich ein ganz, ganz krasses Spiel. Schaut euch den hier mal an. Na, könnt ihr euch schon denken, was wir hier haben? Also ich wüsste es nicht. Wir haben hier einen Karcharodontosaurus. Also, greift euch das hier rein. Hammer, grundsatz raus. Das spiegelt einfach viel zu sehr die Folie. Ja, auch er hier kommt auf einer Base. Die ist auch wieder hohl. Hier haben sie auch das Geoworld drauf gedruckt. Okay. Ja, und wie ihr seht, auch krasse Farben. Wir haben hier so ein Olivgrün und ja, wirklich ist es lila, ist es eher violett. Hier haben wir sogar noch einen weißen Schmierer von den Zähnen. So viel zum Thema. Ja, ihr seht die Augen. Auch wieder hier gelb mit einer schwarzen länglichen Pupille. Das ist ja genau so. Ja, das, äh, ja, ne? Ich sag ja. Also Augen können so viel kaputt machen. Hier ist richtig geschmiert. Dann hier die Zähne extrem weiß drauf gemalt. Auch hier die Zunge hat ein bisschen was abgekriegt. Ja, die Zunge hat aber dennoch eine andere Farbe. Also bei der Zunge haben wir doch eher lila, ne? Und die ganzen Flecken hier eher doch violett. Ja, ist auch nett getupft. Ich sag ja, eigentlich recht spektakulär. Hat sogar einen kleinen Rückenkamm, der sich wirklich vom Kopf über den Rücken bis zur Schwanzspitze zieht. Ja, wie schon gesagt, die weißen Flecken sind hier unschön. Ich glaube, das ist eher zufällig passiert. Ich bezweifle, dass das Absicht ist. Hier ist nämlich auch noch ein weißer Fleck. Am anderen Bein sieht man das hier nicht. Ja, die Krallen haben sich hier wieder schwarz bemalt. Und, äh, ja, ihr seht's ja, ne? Brauche ich gar nicht viel dazu sagen. Ansonsten ist die Haut hier eher, ja, sehr faltenreich, aber glatt, sehr schön mit Furchen durchzogen. Und hier auch einige so Wärzchen. Auf jeden Fall Hüppels, schön ungleichmäßig verteilt. Hat einen relativ großen, stämmigen, massiven Kopf. Mit solchen Hornplatten oder Knochenplatten hier auf der Schnauze, kann man sehen. Ja, die Vorderarme relativ einfach gearbeitet. Wie schon gesagt, wir haben hier kein High-Quality-Produkt. Eher was Einfaches, aber ich finde es sehr schön, edukativ mit den ganzen Beilagen und so weiter und so fort. Und man kriegt da auch schon ein bisschen einen kleinen Eindruck über den entsprechenden Dinosaurier. Okay, also, hier unser krass bemalter, das finde ich übrigens gut. Äh, wie heißt der? Kai Chardontosaurus, okay. Achso, Moment, die Größe. Der ist ziemlich lang. Äh, wir haben hier 19,5 Zentimeter in der Länge. Höhe bin ich hier sogar bei 9 Zentimeter. Also, wie schon gesagt, schon ein großes Kerlchen. Und es gibt noch größere Exemplare hier in der Serie. So, gleich wieder reinmachen. Die riechen übrigens wirklich wie neu in den Tüten. Immer noch dieser, ja, neu Plastikgeruch, finde ich toll. Klasse, okay. Als nächstes habe ich hier einen Eustreptospondylus. Noch nie gehört, Leute. Noch nie gehört, ohne Scheiß. Das meine ich. Nicht nur die mega Bekannten, auch ein bisschen Unbekanntere. Ja, zumindest für mich, ne. Auch gerne mal hier rausholen. So. Ja, auch er hat eine Base. Seht ihr ja. Und die sind auch komplett unterschiedlich gearbeitet. Ja, also wir haben hier ganz unterschiedliche Designs. Sind nicht alle gleich. Das spricht ja schon wieder ein bisschen für die Serie. Ja, er hat das Maul aufgerissen. Die Zunge geht hier ein bisschen hoch. Die Zähne wurden weiß bemalt. Okay. Ja, typisches gelb-schwarzes Auge. Dann hier ein bisschen die Vertiefung im Schädel drin. Dann geht es hier weiter mit kleinen Nackenstacheln am Hals. Ansonsten hat man hier ein ganz einfaches Braun genommen. Den Bauch ein bisschen in einem Grau besprüht. Und schwarze Flecken, auch ein schwarzer Streifen hier über den Rücken, über den Oberschenkel und bis an die Schwandspitze. Ja, das ist jetzt ein bisschen ein einfaches Modell. Aber kommt recht gut. Hier die Pfoten. Die Hände haben sie auch noch ein bisschen weiß besprüht. Okay. Die Pupille sitzt sogar einigermaßen, kann man gar nichts sagen. Ja, aber ihr seht es alleine schon von der Form. Also der Anspruch ist hier nicht allzu hoch angesiedelt. Es sind relativ einfache Dinosaurierfiguren. Die einen ein bisschen besser gelungen. Die anderen ein bisschen, ja, nicht ganz so gut. Das erinnert jetzt doch schon ein bisschen mehr als so einen einfachen Dino. Wie man es in so ganzen Sets kriegt. Aber wie schon gesagt, einen höheren Anspruch hat die Serie auch gar nicht. So, hier haben wir auf jeden Fall eine Länge von 19 Zentimeter, würde ich mal sagen. Und eine Höhe von immerhin 11. 11 Zentimeter. Unser Eustreptospondylus. Wenn ich es denn richtig ausgesprochen habe. Und auch gleich wieder hier einpacken. Oh. Los. Mein lieber Herr Gesang zu einem. Okay. So, also. Nächste Figur. Und hier haben wir einen Dromaeosaurus. So heißt dieses Kerlchen hier. Okay, ihr seht auch hier wieder eine ganz andere Base, eine ganz andere Bodenbeschaffenheit. Und auch hier mit seinen, boah, Sichelkrallen. Schaut euch das an. Gut. Raus hier. Also auch ordentliche Größe. Sind übrigens ganz, ganz leicht. Ich kann euch nicht sagen, ob die Figuren selbst hohl sind. Ja, man sieht nichts. Auf jeden Fall sind sie extrem leicht und aus Plastik. Ja, hier das Maul schön rosa. Die Zähne weiß. Die Augen üblich. Gelb-Schwarz. Das waren ja eher kleinere Raubsaurier. Die glauben, Mensch, so ungefähr bis an die Hüfte gehen. Hier sehen wir eher so ein bisschen, ja, Feder- oder Fellbeschaffenheit. Zumindest macht es so den Eindruck auf mich. Und es zieht sich hier wirklich bis zur Schwanzspitze durch. Hier haben sie ein sehr schönes, kräftiges Grün genommen. Das geht hier unten ein bisschen über in Gelb. Der Bauch wirkt dann eher hellgrün. Und so hier die Pose der beiden Arme. Und dann hier noch die Beine, wie schon gesagt, mit den erhobenen Sichelkrallen, die sie hier einfach schwarz gemacht haben. Aber man hat die inneren Krallen nicht vergessen. Keine Selbstverständlichkeit. Also ganz leichtes Kerlchen in einer ziemlich aufrechten Pose. Was haben wir denn hier für eine Länge? Hier komme ich auf ca. 17,5 cm. Und in der Höhe, ja, immerhin auf knapp 13 cm. Also auch ein recht nettes Modell. Wirkt schon wieder ein bisschen nicht ganz so billig wie der vorangegangene Dinosaurier. Das ist das, was ich meine. Es gibt schon ganz, ganz kleine Unterschiede. Sind minimal, aber gibt es definitiv. So, dann packe ich den auch gleich wieder ein. So. Ja, ich hoffe, euch hilft es ein bisschen, wenigstens einen ganz groben Überblick über die Serie hier zu kriegen. Wie schon gesagt, ich habe nicht alle, mir fehlen da noch einige. Aber ich denke, so für den ersten Blick ist das durchaus ausreichend. So, und dann habe ich hier, ach nee, ach nee, guckt es euch an. Ich habe den Doppelst, der Karcharodontosaurus. Ich schmeiß mich weg. Ja, geil, kann ich gleich mal vergleichen. Moment, wo habe ich den? Hier habe ich den Doppelten. Passt mal auf. So, Freund, weißer Schmierfleck und schrecklich gemaltes Auge. So. Dann gleich den anderen rausholen. Ha, können wir einen Vergleich machen. So, hier habe ich das andere Exemplar. So, hier ist auch das Auge. Na ja, besser, aber auf jeden Fall nicht verschmiert und keine weiße Schmierer hier. Auch unten nichts. Jawohl. Also, da kann man mal sehen, dass wir es, auch wenn wir es hier mit Massenproduktion zu tun haben, jedes Stück hier handbemalt ist. So gesehen ist jedes dieser Modelle hier, auch wenn sie in Masse produziert wurden, sobald die Dinger von Hand bemalt wurden, habt ihr eigentlich ein One of a Kind. Und, ja, wenn man so will, gibt es kein zweites Mal, weil ihr seht hier in jedem Dino die Handschrift vom Bemaler. Ihr seht hier zum Beispiel auch der Kopf hier vorne ist viel dunkler als wir es links sehen. Die Zähne wurden hier viel schöner bemalt, das Auge ist viel besser und auch die Farbe dieses Violett ist beim vorderen Modell viel, viel dunkler als beim Hintern, ja. So, die Base ist natürlich gleich, aber auch die wurde gebrushed, auch die wurde angesprüht. Auch da erkenne ich Unterschiede. Die Stellung ist natürlich genau gleich. So, Kamera ein bisschen runter. Aber ist doch schön, ne? Seht man mal einen Vergleich. Vor allem, ne, ihr müsst euch immer geben, so Dinger, die werden ja wirklich zu Hunderten, wenn nicht sogar zu Tausenden produziert. Und da müsst ihr euch ganz viele Regale, ganz viele Schiebewegen vorstellen, wo immer nur die gleiche Figur draufsteht, ne? Und da sitzen ganz, ganz, ganz viele Menschen, ganz, ganz viele Painter, Bemaler, Bemalerinnen, die nach einer Vorgabe hier immer wieder ihre Modelle bemalen. So gleichmäßig wie möglich, ne? Ihr seht zum Beispiel hier im Bauchraum, wie die Farbe hier aufgemalt wurde, am Bein, hier hinten am Schweif noch dieser Strich, die Punkte, die sich hier über den Rücken ziehen, ja. Und hier seht ihr zum Beispiel, dass an dem Kopf hier einfach ein bisschen mehr von dieser grünen Farbe aufgebrushed wurde, als beim Hintern Exemplar. Darum ist das hier ein bisschen dunkler, ne? Also, sehr schön. Da hatten wir hier doch auch mal gleich einen schönen Modellvergleich, ne? Hier eine verschmierte Figur mit dem Weiß und hier ja eigentlich eine perfekte, in Anführungsstrichen, Figur. Perfektes Modell. Schön, freue ich mich. Wusste ich gar nicht, ne? So genau habe ich nie in den Karton reingeschaut. Und ich gar nicht wusste, ob ich die hier überhaupt behalten möchte. Gut, dann packe ich die gleich wieder ein. Bin mir auch jetzt noch nicht sicher, ob ich die Serie behalten möchte. Ich muss da noch einen Blick auf die zweite Serie werfen. Vielleicht entscheide ich mich dann noch für die Serie. Also, hier haben wir als nächstes den Zintaosaurus. Also auch eher ein Dinosaurier, den man jetzt nicht ganz so oft zieht, wie ich finde. Auch sehr schön, sehr spektakulär bemalt. Soll ich mal raus. So. Okay. Ja. So sieht er aus. Das Zintaosaurus klingt ein bisschen östlich, ne? Hat irgendwie eine Bemalung wie ein Superheld. Kann das sein. Schaut euch das an, diese rote Maske hier. Toll. Hat ein bisschen so einen Entenschnabel. Aber auch hier sieht man noch ein paar Zähnchen, die weiß bemalt wurden. Pupille haben sie schön sauber gesetzt. Ist okay. Dann auch witzig, dieses Teil, was hier raussteht, oder? Wie so ein Schnorchel. Ist ja Hammer. Ansonsten haben sie hier ein schönes helles Grün genommen. Haben hier über den Rücken dieses, ja, Rostbraun oder dunkle Rot genommen. Und man hat hier auch noch so braune Streifen reingemalt. Ich hoffe, man kann es ein bisschen sehen. Dann hier nochmal zwei so rote Längsstreifen. Und in die Hautfalten hier hat man auch noch ein bisschen braun mit reingemalt, reingebrushed. Wie auch immer hier unten an den Füßen wird es auch nochmal ein bisschen dunkler. Man sieht die schwarzen Krallen. Haben sie schwarz bemalt. Das ist so eine typische Pose für so einen Dino, der auch gerne mal aufrecht gestanden ist. Ja, aber auch ein recht nettes Modell, muss ich sagen. Hier ohne Base. Der steht natürlich auch so. Also in laufender Pose mit leicht geöffnetem Maul, Schnabel, Gäschle auf Schwäbisch. Was haben wir denn? Hier für eine Länge. Hier komme ich auf 16,5 Zentimeter. Und in der Höhe sind wir hier fast bei 7 Zentimeter. Also auch ein nettes Modell, wenn ihr mich fragt. So, und ich sehe gerade, ich habe hier noch 6 Modelle im Karton drin. Die schauen wir uns im dritten Teil an. Ich würde sagen, hier mache ich jetzt wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann gleich im dritten Teil. Wenn es weitergeht mit den Jurassic Hunters, den Dinosaurierfiguren von GeoWorld. Unter Aufsicht von, wie heißt er, Stefano Piccini. Einem Geologen und Paläontologen. Und gleichzeitig, wie es aussieht, auch der Präsident der GeoWorld-Gruppe. Das ist ja interessant. Okay, also dann bis gleich im dritten Teil. Ich freue mich, wenn ihr wieder reinschaut. Ciao, tschüsschen. Euer Rupi. Hey. Ciao, tschüsschen.